Da kommt nicht schnell genug um die Akkord. Helm-Koordinates, Acknowledged! Na ja, lernen sie meine Dominator auf, wenn sie es glücklich machen. Jetzt kannst du mal was aufdecken hier. Da wissen wir, dass es ein großes Schiff ist. Hier kommt noch so ein blödes Ding. Enemies Schiff, Sighted! Battle Crew! Was zum Teufel? Äh... Ja, du kannst da noch stehen bleiben. Schiff, ready! Ähm... Battle Cruiser. Was kannst du? Tanzen. Tanzen. Okay, ein Turm. Fuck. Aber nur ein Turm. Keine Batterie. Ato, komm ab! Nee, ach, was ist das? Was ist das? Was ist denn? Bei dem ich kann... Nee, wie kann man da lang? Du... Äh... Ja. Haaa... Schlagkreuzer sind doof. Also wenn das ein Schlagkreuzer ist, die haben 5 Schiffe? Glaub ich? Glaub ich? Das ist eigentlich gar nicht mehr so blöd. Was? Oh nein. Ne, wenn das ein Schlagkreuzer ist... Das wird wahrscheinlich ein Leichtumkreuzer sein, nehme ich mal ganz stark an. Alter... Nee, was ist denn jetzt gerade mein... Ja doch, der Täter ist... Ähm... Warte... Uh, fliegst noch weiter... Ready... Uh... Helm Koordinates acknowledged! Meine Tyrant ist... Da, okay... Schlaß, da rauskommst du? So ist es nicht gestraut. Ach! Ich starte es. Ja, ist ja... Hätte ich blüffel, meine Torpedos jetzt da war. Na gut. Hm... Oh, ja- Oh, ich möchte Nein hier sein, ich画 das. Hm. Da ist wieder ein Landslogan. Das kann sein, dass meine Stasis bumm länger halten als der Ehre. Das ist ein Schatz. schiff ready das ist nicht ganz doof weil er jetzt ja auf uns zu fliegt hier wird diesen ist nur auf die eventos darauf ist es noch den darfst du es machen das ist mir egal also egal ist es nicht aber setting kurs priorität 1 stadt Nein, das ist ein Sturm, das ist gut. Aufschalten. Alles kann ich aufschalten. Ja, Admiral. Schlaggen scheitert. Beides Mal, beide Mal. Schau auf das Target. Das Feuer zu stören. Lass mal. Dünge, schliffen euch hoch. Helm Coordinates acknowledged. Ich würde gerne den Kreuz da draußen reinnehmen, wenns geht. Denn das ist möglichst schwer. Jetzt gefangen, ist schon schön. Fangen wir mal ein, ja. Ich möchte nicht, dass der mich nervt, wenns geht. Wir haben nicht möglich. Dann gehst du schon mal wieder. Dann hast du eine Pfundpanserung zu dem Gegner, das ist in Ordnung. Das ist richtig. Leid auf dich, katschießen. Was ist das? Ich muss die Türen nicht gleich eine Carnage weniger geben. Ich bin nicht schon mit dem Türen rum oder was? Das ist alles wie... ...Trainage. macht tot eigentlich Ich will es noch wegfahren. Nein, ich werde nicht stehen. Ach, schade Mensch. Also noch ein leichter Kreuz, noch ein leichter Kreuz und dann ist der richtige Schlachtkreuz. Ähnliche Aufstellung nicht. Erstmal Bombe. Ja, machen wir bei dem da. Da hat man seine Schilder. Das dürfte gleich gewesen sein. Das war's. Also, einer weg. Zählen noch vier. Ne, drei noch. Oh, noch drei. Da unten lässt sich ein bisschen schmerzen. Fliege es einfach mal weiter. Du musst ihn jetzt abfallen. Natürlich ist das auch du für dich. Aber da musst du jetzt durch. Ah, wenn das nichts ist. Ne, komm. Piu. Piu. Ah, grrrr. Äh, das ist, das ist, das ist, das ist. Topic. Wer kommt entscheidend nicht rum? Ne. Toc. Entschuldigung. Entschuldigung. Du fein. Du drehst mal ab. Naja. 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 Das ist schlecht. Nur einer. Da ist krank. Kramatur ist mit dir krank. Quatsch. Ist eh nicht so sehr beschädigt. Fünfzig. 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 Ganz. Fünfzig. Toc. Toc. Bock. Ja. Mit treffen haben sie es auch trotzdem nicht so ganz. Toc. Oh die. Komm mal, Alter. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal fein. Ähm. Fünfzig. Der hat den Kratzern geballert. Das kann er gerne tun. Ja, das wird nix. Der hat den Kratzern geballert. Das ist mein Englisch. Der hat den Kratzern geballert. Wäre auch ganz schön über uns konzentrieren können. Die ganze Zeit auf alle möglichen. Der hat den Kratzern geballert. Der hat den Kratzern geballert. Der hat den Kratzern geballert. Ah, da kommt Bomber. Ist auch Bomber. Ah, ne. Wir haben keinen Fall. Ja, genau. Du bist mit der Waffnung dafür. Du hast halt keine Bomber. Hat so eine Schöne. Ich weiß, was er ist. Ich weiß, was er ist. Ich weiß, was er ist. Ist ja gemein. Aber die Fliegaten sind schon ziemlich praktisch. Ich weiß, was er ist. Feuer. Mach das gleich nochmal. Auf der Seite. Und zwar... nicht rum. Äh. Nicht rum. Nicht rum. Hä? Tee. Über Klaus. Das war jetzt knapp. Bloß gut, dass du so eine Stocke Bremse haben wach. Halt jemand auf den Abjabensauern, bitte. Jetzt geht's. Jetzt war die Gas aufgeschrieben. Klapp. Entschuldigung. Du kannst doch nicht wieder. Naja. Ähm. Entschuldigung. Engines hot! Awaiting orders! Oh. Stoppt der Kompteck. Ja. Wunderbar doch nicht. Ach. Schreien gekauft. Schreien gekauft. Jetzt wird er zu fliehen. Ah. Oh. Das ist ja richtig. Entschuldigung. Ah. Jetzt sind noch die Schilder oben. Kann ich aber keinen Schlag machen. Nääääääää. Das wird nix. Das wird nix. Das ist deine Kommand. Zeigst du ein wenig näher dran? Du kannst nicht mehr die Hosen auffahren. Wurde zu nehmen zu fahren. Das wäre ein Quatsch. um kurz zu Ende zum Teufel, was macht er denn da? Helm-Koordinates, Acknowledged ja, das macht keinen Sinn aber vielleicht noch reichen die Typhilistin, dann noch mal abhaut doch, 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 doch doch, 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 doch ja, ne, also, oder? du wolltest eigentlich mal deine... ah, sehr schuld jetzt darfst du du freust dich, dass du da bist, würde ich sagen set in course engines hot activating tactical cogitators müssen schon mal reparieren, müssen ja Bomber los schick mal die Bomber los schick mal die Bomber los ich mach ich mach ich mach ich mach Weil ich doch eigentlich schon ganz beeindruckt bin von unserer Trefferleistung. Also die Treffen doch schon ganz gut inzwischen. Haben ja auch gute Upgrades bekommen. Sollte das ja auch so sein. So, hier noch nicht ganz. Oh, das ist vorbei. Jetzt ist sie geschwommen. Oh, das ist ja ganz schön. Ah, ich freue mich. Aber es ist nicht so. Du sollst hier sein. Und hier zwei. Dauner. Oh, das ist ja ganz schön. Oh, das ist ja ganz schön. Oh, das ist ja ganz schön. Und ich kann mich nicht so. Oh, du kannst eigentlich los schicken. Das war's für heute. Also, ich hab's nicht geplant. Äh, ich hab's nicht geplant. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, so geht's auch. Zock. Check. Also, einer ist entkommen, der Rest ist gerade geschlachtet worden. Also, das war jetzt auch nicht. Also, Verteidigung geht. Angreifen ist, glaube ich, ein bisschen anders. Weil die dann ja fliehen können, die Schweine. Und, Level Up. Ach, nicht ganz. Nicht ganz. Aber unsere zwei... Der Dictator und der Tyrant haben mal ein Level Up. Das ist doch auch in Ordnung. Well, fine. Gut. Aber das soll's für dieses Mal erst mal gewesen sein. Nochmal Inquisition. Wahrscheinlich einfach nur, dass es eine Mission für Adeptus des Tartus ist. Für die Space Marines. Sie werden's wahrscheinlich nicht helfen. Äh, schade. Na gut, aber wie gesagt, das soll's erst mal gewesen sein. Wir haben jetzt 1082 Ruhm. Mal gucken, was wir dann das nächste Mal bekommen. Und dann danke ich euch fürs Zusehen. Und dann bis dahin. Wenn du dann etwas darst, mein inquisiter Alright. cm. Ja. Ich be Allais.